Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1678. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es gab für meine letzte Nachtzug nach Hamburg-Folge einiges an Lob, aber auch ein bisschen Kritik. Denn es geht um die Audioqualität. Ich habe aus der Not heraus diesen Nachtzug nach Hamburg mit dem iPhone aufgezeichnet. Und die Mikrofone, die im iPhone eingebaut sind, die sind sicherlich zum Telefonieren hervorragend geeignet. Aber um einen Nachtzug nach Hamburg zu produzieren, eher weniger. Aus diesem Grund habe ich mir nun ein aufsteckbares Mikrofon gekauft. Das steckt man aufs iPhone obendrauf und dann hat man einen linken, 1, 2, 3, und einen rechten Kanal, 1, 2, 3. Also für Interviews ist das hervorragend geeignet. Hoffentlich auch, um einen Nachtzug nach Hamburg von unterwegs zu produzieren. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr jetzt mit dieser Qualität leben könntet. Das Witzige an diesem Mikro ist, es ist drehbar, denn wenn ich jetzt eine Folge aufspreche, halte ich ja das Telefon anders, als wenn ich zum Beispiel einen Film aufnehme. Wenn man also einen Film aufnimmt, dann ist ja die Lage des iPhones eine andere und dann müssen die Mikrofone auch anders positioniert sein. Und das kann man durch Drehung dieser Kugel hier, in die ich reinspreche, bewerkstelligen. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität gleich sein wird, denn wenn man so Filme von Freunden sieht, die die mit ihrem iPhone aufgenommen haben, dann ist neben der hervorragenden Bildqualität meistens der Sound nicht ganz so gut. Und das soll nun dieses spezielle Mikrofon beheben. Ich bin mal sehr gespannt, es hört auf den schönen Namen Zoom, ja, falls ihr also auch Probleme oder nicht Probleme unbedingt, aber wenn ihr euch eine höhere Qualität bei Filmaufnahmen mit dem Telefon wünscht, dann könnt ihr euch das Ding ja mal im Internet ein bisschen näher betrachten. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um das liebe Auto. Ich war heute unterwegs auf der Ostseeautobahn. Jahrelang konnte man es ja in den Medien verfolgen, als das Ding gebaut werden sollte, dann doch wieder nicht. Und dann gab es diese Eingaben und diese Bürgerbegehren und das ging ja ewig hin und her. Gut, nun gibt es die Ostseeautobahn seit langem oder seit einigen Jahren. Aber was es noch nicht gibt, ist das perfekte Auto. Mein neues Auto, welches ich seit zweieinhalb Wochen habe, also es ist kein neues, es ist ein gebrauchtes, um ganz ehrlich zu sein, das hat eine Tankstandsanzeige. Und ich hatte bis jetzt nie das Problem, dass ich den Tank ziemlich leer gefahren habe. Aber heute auf der Ostseeautobahn war es soweit. Und die Nachzug-Nach-Hamburg-Hörerinnen und Hörer, die schon länger mit dabei sind, kennen das Problem. Das hatte ich nämlich schon mal mit einem BMW, dass ich so einen hohen Verbrauch hatte, dass dann zu wenige Tankstellen auf diese Autobahn kamen. Die Abstände sind riesig und bei meinem Wagen jetzt liegt es nicht daran, dass es so schnell fährt oder so viel verbraucht, sondern dass scheinbar die Tankanzeige defekt ist. Denn ich hatte noch eine Reichweite von 100 Kilometern und innerhalb dieser Reichweite hätte ich mein Ziel locker erreicht. Aber nach vielleicht 20 Kilometern war die dann plötzlich auf Null runtergeschrumpft und keine Tankstelle weit und breit in Sicht. Ja, dann fährt man natürlich an der nächsten Abfahrt runter. Ich hatte dann quasi null Kilometer Reichweite im Display und mit dieser Anzeige bin ich dann auch noch so 15 Kilometer gefahren, weil es auch so wenige Abfahrten da oben gibt. Dann bin ich einfach runter von der Autobahn in das nächste Örtchen und habe mir da einen Parkplatz gesucht, habe mein iPhone gezückt und dachte, ja, jetzt guckst du mal, was es hier für Tankstellen in der Nähe gibt. Und habe dann ein paar Einträge bei Google Maps gefunden. Dummerweise waren das alles keine Tankstellen. Keine Ahnung, was da in diesem Kartendienst schiefgelaufen ist. Ich habe dann in meiner Not einfach ein Auto angehalten und habe gefragt, wo hier die nächste Tankstelle ist. Und der Fahrer und seine Frau, die waren sehr nett und haben gefragt, was denn los sei. Ich habe das Thema kurz beschrieben und dann haben die beiden mich mitgenommen. So ein bisschen wie die alte Aralwerbung, nur dass ich nicht laufen musste, bin also zu einer Tankstelle gebracht worden, habe mir da einen schönen Kanister gekauft, habe den vollgetankt und die haben mich dann auch zum Auto wieder zurückgebracht. Die beiden hatten heute Urlaub und ja, jeden Tag eine gute Tat. Denkt also das nächste Mal daran, falls ihr in einer ähnlichen Situation von jemandem angesprochen werdet, ihr tut was richtig Gutes, die Leute mitzunehmen. Ja und ich werde jetzt mal zur Werkstatt fahren und fragen, ob die mal nach meiner Tankanzeige gucken können. Übrigens, wer jetzt noch ohne Winterreife rumfährt, den bitte ich ganz schnell in die Autowerkstatt oder zum Reifenfachhändler. Denn der Winter kommt und wenn es dann schneit, dann sind da lange Schlangen. Die Preise sind so auf halbem Weg zwischen Erde und Mond. Deswegen kann ich es nur empfehlen, schnell noch Winterreifen drauf. Dann seid ihr und natürlich auch die anderen Verkehrsteilnehmer auf der ganz sicheren Seite. Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören für den Speicherplatz auf eurem Gerät. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.